Der muss hier doch unter mir sein, oder? Da läuft er, da läuft er! Der ist dahinter der... Ja, du läufst genau hinzu! Jo, hab ich! Seh ich! Au! Ich seh ihn nicht! Oben in dem Fenster! Oh, zwei! Oben in welchem Fenster? Ja, im Compound sind zwei Fenster, davon das rechte! Ich hab ihn zweimal getroffen, er müsste tot sein! Wo war... wo ist der andere gewesen? Der andere ist weiter weg hinten, beim Turm! Ja, der lebt! Links! Am Zaun, vorne! Er lebt denn, der Typ da oben immer noch? Das ist nicht gut, Olli! Aufhören! Andere kämpft gegen Zombies! Ja, du schießt ja auch auf mich die ganze Zeit so nebenher, ganz casual! Fuck! 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 Der will! Awesome! Da! Ah! Ja, fuck! Ja, fuck! ... Ja, fuck! Ich bin komplett drin für immer! Hilfe! Noch nicht! Ich bin komplett drin für immer! nein defekt gesehen ich war ja auch total weg vom fenster die spinne ist hier und es nach leute hier nicht ja ja das ist definitiv die spinne ich stehe gerade auf der rechten seite ich sehe niemanden wo ist denn der clue? auf der richtung 120 die machen da melee und alles und ich komme rum bei dir, dann können wir uns da mal rum ich bin ganz leise ich nicht ich sehe das clue house ich sehe einen typ der ist jetzt hier um die ecke blade ist um die ecke ich sehe links von dir du hast da zwei zombies im rückensitz einer ist oben an der tür wenn du da schießen kannst du da schießen ja gerade nicht ich halte gerade den neuer vorbei einen getroffen unten den getroffen, oben ist auch noch einer was klingelt hier, ich kann gerade nicht gehen ich muss erst die zombies töten oben der ist da noch ich habe auf den geschossen, kann sein dass sie uns jetzt verwechseln also der ist oben immer noch an der tür ich glaube wenn ich noch mal gucke schießt der auf mich hier läuft wer rechts von mir zombies gehen jetzt hoch ich muss hier mal kurz umdrehen gerade, hier läuft wer rechts von mir ja guck mal kannst du in meine richtung an die insel kommen damit ich dich decken kann von hier auf tot, einer ist tot der ist nicht tot, der hat nur schaden genommen, oder? ich sehe jemand treffer lebt noch wo ist der? ja die sind drinnen bei der spinne beide einer war unten jetzt im wasser gewesen, den hatte ich angeschossen der hat logistisch ein bisschen überfragt, wo die jungs abhängen die haben jetzt leffels? ja und wo hat er auf dich geschossen? ich weiß nicht von wo, ich bin grad von dem bevel weggerannt ah fuck, da wo ich vorhin schon mal ah, wenn er jetzt durch die wand schießt bin ich hinüber oh mein gott oh mein gott, oh mein gott, bitte trifft mich bitte trifft mich ah oben ist ein zombie, auf den hab ich geschossen, irgendwie ein idiot ich hab gedacht, da kriecht jemand um die ecke ja, der ist immer noch da links unten an der ecke, ich muss meine präsentation weg ja, du stehst da nicht so gut, die sind beide ja eher links von dem gebäude ja, aber ich kann entweder komplett rum oder ich warte, dass sie nicht pushen wollen ah was? hä? der war dicht bei dir 41 Meter ok von links aus dem gebüsch hat er geschossen ich weiß, der hat dich umlaufen kannst du hören, wenn der dich lootet? das jetzt auch nicht mit einem neuen Equip von vorn hinüber ich hab ihn fiel, den guckt gut aus jetzt ist jemand bei mir bei 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 ich höre nicht links von mir würde ich sagen mit der Fanning hat habe ich halt ein Problem mit dem Irgendeine Idee? Nee, keine Ahnung. Die scheinen ja mittlerweile nicht mehr am Compound-Beute zu sein, sondern irgendwie versuchen dich im Wald zu berummeln, schätze ich. Das sind schon ein paar Peek-Jungs, also verstecken tun die sich nicht, die haben ja die ganze Zeit schon gepeekt. Das heißt, wenn du in die richtige Richtung guckst, musstest du sie eigentlich irgendwann sehen. Ja, hast du auch gehört? Ja, es hat geplatscht. Alter! Das ist meine Sparks, ne? Nee, da hatte auch schon eine vorher. Nicht mit mir, Freunde. Der andere ist Played. Der andere ist tot. Achso. Wann hast du den erwischt? Der liegt hier. Dann habe ich direkt erschossen, nachdem U-Down war's. Der hat mich gepusht, während der andere noch oben war. Der Bredd ist auch schon ausgefahren, also da gibt es leider nichts mehr zu holen für uns. Ich höre Krach im Süd. Ja, ohne 80 hat jemand einen Armortakbot. Kann sein, dass das mein Schuss war, der ging durch die Wand. Aber wenn ich sie hier... Nee, da ist jemand, ich sehe ihn. Getroffen oder eher nicht? Ich getroffen. Ok, ich bin draußen jetzt. Ja, ich habe ihn auch gesehen, in dem weißen Haus. Ja. Geh hier hoch. Ich weiß nicht, wo sein Buddy ist. Wenn ich nochmal pieke, kann sein, dass er mich erschießt. Der weiß, wo ich sitze. Ich habe hier oben nur nicht wirklich viel Platz. Okay, ich verpasse, ich spinne noch ein paar, ja? Ja. Der Armort ist wieder wach. Der macht einen Melee. Ja. Ok, also im Westen hat mich bis jetzt noch niemand umlaufen, soweit ich das beurteilen kann. Pass auf, dass du da nicht an der Seite irgendwie geschossen wirst. Der ist da noch drin? Fuck! Einer down! War das in weiß der Dude? Ja, das war der mit der blauen Weste. Ok. Ich bin grad draußen und gucke da bei dir. Also im Hausfenster steht grad niemand. Diese Gratis-Dolches holen uns hier raus, hm? Ok, ich geh wieder rein. Süden sieht immer noch, äh Westen sieht immer noch frei aus. Ich hätte gern ein bisschen mehr Feuer hier. Ja. Da sind Border Devils an? Ja. Fressen die dich? Nee. Ok. Der muss hier doch unter mir sein, oder? Da läuft er, da läuft er. Der ist dahinter der... Ja, du läufst genau um ihn zu. Jo, hab ich. Seh ich. Ich hab den zweiten Schuss ziemlich verhackt. Äh, wo wird ein Assassin gebannigt? Auf Pitching. Dollar. Ach, spinnbar, ne? Keine Emulator? Ok. Ich glaub ich, er schießt keine 35 Emulator für 300 Dollar. Ich hab mir das grad nochmal überlegt. Das scheint mir ein bisschen... Zweifelachter Spaß zu sein. Ok, noch ein Action. Beide geklaut. Ok, noch ein�ещer. Schuss? Entschuldigung! Was ist das? Mein ist Turnavan. Wie ist es der braucht? Ja. Ich mag Donner, wenn nicht besonders. Ich krieg mir was besser draus, dann soll der uns umbringen. Seine Freunde nennen ihn Wolverine. Niemand nennt ihn Wolverine. Guckt euch doch mal mich an, ich seh aus wie Wolverine.